Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Der neue ADAC-Präsident heißt Christian Reinecke. Der 56-jährige Rechtsanwalt und Notar aus Hannover wurde am Wochenende auf einer Online-Hauptversammlung zum Nachfolger von August Makel gewählt. Als oberster ADAC-Jurist hatte Reinecke seit 2016 zusammen mit Makel die Reformen bei Deutschlands größtem Verein vorangetrieben. Seine Amtszeit als ADAC-Präsident beträgt zunächst vier Jahre. Der 72-jährige Makel hatte sieben Jahre an der Spitze des ADAC gestanden. Er war nach Aufdeckung der Manipulationen um den Autopreis Gelber Engel 2014 zum ADAC-Präsidenten gewählt worden und hatte dem Traditionsklub mit einem radikalen Umbau den rechtlichen Status als Verein gerettet. Zum Abschied legte Makel einen Geschäftsbericht mit schwarzen Zahlen vor. Zum ersten Mal seit 2014 überstiegen die Mitgliedsbeiträge im vergangenen Jahr die Ausgaben des Vereins. Das Jahresergebnis von 78 Millionen Euro sei vor allem dem Rückgang der Pannenhilfeeinsätze während der Corona-Pandemie zu verdanken, sagte Finanzpräsident Jens Kufus. Nach der kräftigen Beitragserhöhung im vergangenen Jahr werde nun eine Gewinnrücklage zur Stabilisierung der Beiträge gebildet. Das waren die News bei Wirtschaft TV. Bis zum nächsten Mal.